Servus meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es natürlich wie immer ein bisschen um den Hühler und um das so drum herum. Aber Hauptaugenmerk liegt heute in unserer Spezialfolge mal auf den drei Babys hier, auf den AERAs. AERA ist eben der kleine Lufterfrischer von Hühler, macht ungefähr 0,5 Kubikmeter Raumluft pro Minute mit einer Umdrehung von 2500 pro Minute. Hat in der Maximalleistung 13 Watt, dann würde also das Gerät laufen, egal welches von denen und das Licht an sein. Ohne Licht haben sie 10 Watt, nur das Licht 3 Watt zusammen eben 13. Der Geräuschpegel liegt bei unter 45 dB, wenn ich mich recht erinnere. Das sollte eigentlich ungefähr so sein, also sie sind recht angenehm. Und mit ihnen kann man natürlich auch aromatisieren, therapieren und medizinieren. Und auch ein kleines bisschen Luft waschen in einem kleineren Bereich natürlich oder wesentlich kleineren Bereich als der Hühler, weil sie eben nicht so eine Umwälzung haben. Wie gesagt, 0,5 Kubikmeter ist aber ideal, zum Beispiel für Kinderzimmer, neben dem Bettchen als Nachtlicht dann eben und bevor die Kinder schlafen gehen, eben einfach noch ein bisschen laufen lassen. Mit Meersalz hätte ich eigentlich immer drinne, würde ich zumindest machen. Hier würde ich 2 Löffel reinmachen, 2 Esslöffel Meersalz in die Geräte, beim Hühler eben 4 bis 5, ja. Und dann eben entweder mit Ölen, bei ätherischen Ölen seid bitte vorsichtig bei Kindern unter 3 Jahren. Ganz, ganz wenig, dann wirklich nur 1 oder 2 Tropfen, ja, dass das reicht. Dann könnt ihr natürlich medizinieren auch über verschiedene Tees, Thymian, Salbei, also alles was mit dem Hühler eigentlich geht, könnt ihr hier auch tun. Und außer, dass er natürlich saugt und irgendwelche Reinigungssachen macht. Aber was so das reine Desinfizieren, Aromatisieren, Medizinieren angeht und die Luftwäsche ist das schon in Ordnung. Eben auch für Büros, ja, gerade eben in so Großraumbüros, bei sich da irgendwo auf den Platz hingestellt und laufen lassen, hat man immer frische Luft, mal ein bisschen was reinmachen. Riecht es auch noch angenehm. Natürlich gibt es auch Duftstoffe, die man da reinfüllen kann. Ähm, ja, muss man sich einfach überlegen. Wir gehen es mal durch. Den gibt es heute nicht mehr, den, da könnt ihr noch Glück haben, wenn ihr unbedingt so einen schwarzen Aira 1 haben wollt. Dann schreibt uns an und wir gucken, dass wir euch vielleicht noch einen besorgen. Die gibt es schon seit längerer Zeit nicht mehr, den schwarzen, den hatten sie schon länger vom Markt genommen. Ähm, einige sind aber noch irgendwo bei irgendwelchen Leuten wahrscheinlich unterwegs, ja, weiß ich nicht. Also auch wir können gucken, dass wir euch, wenn ihr unbedingt einen schwarzen 1er haben möchtet, besorgen können. Beim 1er ist es halt eben so, wie gesagt, Leistung ist die gleiche, ne, das haben sie alles gleich von der Leistung her, von der Wasserfüllmenge her. Im Maximalstand 2,4 Liter, dann wäre es voll, dann würde er aber nicht mehr funktionieren, weil er dann zu hoch wäre. 1,8 Liter, ihr habt hier hinten an jedem Behälter immer hinten drauf so einen, ähm, Strich, da steht Maximum bis dahin oder ein ganz kleines bisschen mehr könnt ihr auch immer machen, weil es dann diesen schönen Welleneffekt gibt, wenn sie eben laufen, aber nicht viel mehr. Müssten so 1,8, 1,9 Liter sein, ja. Ähm, dann, wie gesagt, die Leistung ist die gleiche, Wattzahl ist die gleiche, äh, 0,5 Kubikmeter Raumluft, das ist alles das Gleiche. Ähm, hier habt ihr eben Knöpfe. An-Aus, ja. Und hier habt ihr die Farben an, auf Wechsel oder an, auf einer Farbe stehen bleiben. Sieben Farben machen die. Die weiße genauso. Das ist die 2er, das ist die neue Version, die macht halt 7 Millionen Farben, hat hier oben nur noch per Touch und ist mit App steuerbar über Bluetooth. Das ist der große Unterschied. Und das Design natürlich, man sieht's, ne, sie ist ein bisschen mehr an den Hühler angepasst, ähm, vom Design her. Ist ein recht schickes Ding, würde ich sagen. Ich persönlich finde sie tatsächlich auch schöner und wenn sie dann jetzt irgendwann bald in Weiß kommt, werde ich sie mir auch nochmal in Weiß holen. Wie gesagt, das sind unsere 3, hä. Ähm, sie ist bei uns immer in der Küche. Die weiße ist, ähm, im Kinderzimmer und die schwarze ist bei uns im Arbeitszimmer. Genau. Da laufen die. Und wenn die 2er dann in Weiß kommen, werde ich für die auch noch ein schönes Plätzchen finden. Weil, das finde ich ist immer gut. Immer. Wie gesagt, ich habe auch immer mehr Salz drin in den Geräten. Und dann eben, wenn wir merken, wir werden krank oder der Kleine hat eine laufende Nase, ähm, dann behandeln wir eben dagegen mit Thymian-Tee oder Salbei-Tee oder Kamelentee. Ähm, was es halt so gibt, ne. Wenn ihr wisst, gegen was ihr gegensteuern könnt, Eukalyptusöl funktioniert auch super, ne. Und sonst halt Zitrone, ne. Immer ein frischer Geruch mit rein, ne. Viele machen auch gerne das Aquafrisch rein. Das mag meine Frau nicht so. Ich finde das auch ganz angenehm, wenn es nicht zu viel ist. Ähm, aber meine Frau findet den Geruch eben nicht so toll. Und dann gibt es halt noch, äh, Erdbeer-Vanille als, als, als Duftstoff. Ihr wirklich guckt einfach mal auf der Hüllerseite. Es ist, oder bei uns, es ist einfach viel, ne. Wo man mit Duftstoffen arbeiten kann. Okay, weiter. Ähm, auch die Einser sind jetzt die letzten 3000 Stück gewesen, die in Umlauf gegangen sind. Wird es nicht mehr geben. Also, die Aera 1 läuft aus. Die Schwarze gibt es eh schon länger nicht mehr. Und die Einser jetzt auch nicht mehr. Die werden nicht mehr produziert. Sondern nur noch die Zweier. Ist einfach heutzutage, die Leute wollen es eher so haben. Wenn ihr ein bisschen, ähm, Nostalgie drinne habt und ihr sagt, Mensch, hey, wir hätten die ganz gerne. Dann, wie gesagt, meldet euch bei uns. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, www.hühler-germany.de-129934. Das sind wir. Schreibt uns an. Ruft uns an. Wenn ihr, wir gucken, dass wir euch davon vielleicht noch irgendwie eine besorgt kriegen. Das müssen wir schauen. Ähm, wie gesagt, die Zweier wird in weiß kommen. Ist dann halt eben einfach ein bisschen moderner, ne? Das Design ist moderner, wie gesagt. Sie ist mit der App steuerbar. Ähm, es ist alles nur noch mit Touch und nicht mehr mit Knöpfen. Aber die Leistung ist genau die gleiche, ne? Es ist also nicht, dass die jetzt wesentlich leistungsstärker ist oder so. Nein, das ist alles genau gleich. Hat sich einfach nur, ist mit der Zeit gegangen. So wollen wir das mal sagen. Genau. So viel zu den Kleinen hier. Ich finde sie, wie gesagt, total super eben für Büros oder für Kinderzimmer. Ähm, was nicht heißt, dass der Hühler dadurch ersetzt wird, ja? Ähm, aber sie sind halt, wie gesagt, in der Ecke leiser. Man kann sie dann eben nochmal ein bisschen laufen lassen, während die Kleinen am Einschlafen sind. Und kann, man muss ja nicht mal mehr ins Zimmer gehen, sondern man schaltet sie dann einfach raus über die App, ja? Ähm, und kann das Licht anlassen, wenn die Kinder eben ein Nachtlicht brauchen. Und man kann, wie gesagt, hier bei der über sieben Millionen Farben sind es, glaube ich, auswählen. Oder Farbkombination. Ja, so gelb, orange, was weiß ich nicht, töne blau, etc. Ähm, genau. Ist halt, ja, nice to have. Ne? Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Soviel mal zu den AERAs. Sollte es noch irgendwelche anderen Fragen geben, ähm, wie gesagt, dann schreibt uns an, fragt nach. Aber in sich war's das schon. 13 Watt haben sie alle. 13 mit Licht. 10 ohne Licht. 3 Watt ohne, dass sie laufen und, 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 und Luft erfrischen. Ja, wenn nur das Licht an ist. 48 dB, 2500 Umdrehungen pro Minute, ähm, vielleicht noch so ein Gesamtgewicht, also ein Leergewicht, die, die Geräte alleine von 1,2, glaube ich, 1,125, irgendwie sowas. Also irgendwo dazwischen, ein schwerer wie anderthalb Kilo sind sie, ich glaube, 1100 oder 1200 Gramm hat das Ding. Ähm, die maximale Wassermenge 2,4 Liter, dann würde er aber nicht mehr laufen, dann wäre der Behälter voll, also 1,8, 1,9 Liter und gut, dann läuft er perfekt durch. Und die Abmessungen des Produkts sind, ähm, um sich hier zu messen, aber ich würde jetzt mal sagen, 20, 23, 21, irgendwie sowas, oder 20, 20, 23. So um den Dreh, viel größer ist es nicht, ne, ihr seht's ja, ne, hier mal eine Hand davor, ne, auch hier. Ja, ähm, auch da bitte das Wasser alle zwei Tage spätestens wechseln, weil auch da steht es nach drei Tagen ab, das ist völlig normal, Wasser fängt nach drei Tagen an abzustehen. Und tut euch einen Gefallen, macht das AquaClean mit rein, drei, vier Tropfen, dass eben, dass der Behälter nicht so schnell verkalkt und auch die Öle sich da nicht so dran absetzen, wenn ihr es nicht immer putzen möchtet. Ja, also wir halten es natürlich eh immer sauber, sie sind immer noch recht, recht durchsichtig dafür, dass sie schon zwei, zweieinhalb Jahre alt sind. Ähm, ja, einfach das AquaClean jetzt mit rein, das gibt's ja seit ein paar Monaten, das bricht die Oberflächenspannung vom Wasser und dadurch setzt sich da einfach ein bisschen weniger ab, dann müsst ihr weniger putzen, ne. Aber trotzdem, ganz ohne Putzen geht's nicht. Und kein kochendes Wasser in diese Behälter, ne, dann gehen die kaputt. Das ist mir nämlich mal passiert, ich war nämlich mal sehr gedankenversunken, hatte Tee gekocht und dachte mir, oh, kannst ja gleich den Behälter mit auswischen und habt das kochende Wasser reingekippt, ähm, macht das nicht. Könnt ihr euch einen neuen Behälter kaufen, ja. Kein kochendes Wasser da rein. Ich meine, es sollte eigentlich logisch sein, aber wie gesagt, manchmal ist mein Gedanken versunken, ist mir auch schon passiert. Okay, das war's eigentlich schon von den kleinen Babys. Auch die kann man sich erarbeiten oder eben kaufen. Also die ja jetzt nicht mehr, das ist durch die Nummer, aber die Zweier. Ja, so schaut das Ganze aus. Wie gesagt, das sind meine drei und der große, der andere läuft oben, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber der macht oben gerade die Luftwäsche. Ähm, so sieht das hier bei uns aus. Ich bringe sie jetzt alle wieder an ihren Platz zurück. Werdet auch bei Instagram auf meinem Profil immer mal sehen. Ab und zu tausche ich auch mal, manchmal hatte ich auch die früher im Schlafzimmer stehen. Ja, es ist... Mittlerweile haben sie alle so ihren festen Platz, hat ein bisschen was mit der Deko von meiner Frau zu tun. Das ist die eine da und die eine da und die andere da. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Gut. Wenn ihr mehr erfahren wollt oder up to date bleiben wollt mit den ganzen Sachen, was Hühler angeht, Essen angeht oder meine Tiere angeht, dann lasst mir gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Musik Musik